Liebe Freunde, jetzt ist sie also da. Zwei Profiljournalisten und ganz offenbar auch leidenschaftliche Hobbypsychologen haben also eine Biografie über mich herausgebracht. Herr Gernot Bauer und Herr Robert Dreichler, beide vom Nachrichtenmagazin Profil. Eine investigative Biografie, so haben sie das Buch genannt. Bitte, sowas habe ich vorher auch noch nicht gekannt, aber erstens, man lernt ja nie aus und zweitens ist ja gerade jetzt in der österreichischen Innenpolitik nichts mehr so, wie es noch vor einiger Zeit gewesen ist. Naja, offenbar will da jemand publizistisch auf der Erfolgswelle der FPÖ mitsurfen und einfach Geld damit verdienen. Soll so sein. Dass das Profil jetzt kein Freund der FPÖ ist und niemals einer war, das wissen wir auch alle. Es gehört ja einerseits zum ÖVP-Reifeisenkonzern und die Richtung vieler Journalisten, andererseits, dort ist ja links. Man könnte also sagen, das ist fast ein Paradebeispiel für das, was ich unter dem System verstehe. Glaubt man jetzt den beiden Journalisten das, was sie über sich selber und über ihre Arbeit am Buch sagen, dann klingt das Ganze ungefähr so. Beide arbeiten natürlich zu 100% seriös und genau. Kann ja gar nicht anders sein. Sie sind die benibelsten und akribischsten Faktenchecker aller Zeiten. Und solide Rechercharbeit, das ist geradezu ihr Marken- und Erkennungszeichen. Und dafür loben sich ja die beiden Autoren ordentlich selber. Sie haben ja monatelang ganz genau recherchiert. In Archiven, in meiner Heimatgemeinde und überall und überhaupt dort, wo sie halt nicht von anderen Medien abgeschrieben haben. Ich war also sehr gespannt. Und jetzt habe ich einmal ein wenig hineingelesen in das Buch. Und da schau her. Achtung, lieber Herr Bauer. Achtung, lieber Herr Dreichler. Es wird jetzt richtig interessant für Sie und vor allem für Ihre Leser und für Ihre potenzielle Kundschaft. Aufgepasst, meine Herren. Ich nehme also das Buch. Und da lese ich. Mein Großvater, mütterlicherseits, hat Johann Lackner geheißen. Aha, denke ich mir. Das ist aber interessant. Johann. Ich kann mich nämlich noch sehr gut an meinen Großvater erinnern. Ich habe ihn sehr, sehr gern gehabt als Puppe und ich habe ihn damals Opa gerufen, wie es bei Kindern so üblich ist. Aber trotzdem weiß ich ganz genau, dass er nicht Johann, sondern Josef geheißen hat. Josef Lackner und nicht Johann Lackner. Ich denke mir, naja, vielleicht ist das ein Druckfehler. Sowas soll zwar nicht sein, aber es kann schon einmal vorkommen, was soll's. Ich lese also gespannt weiter. Und siehe da, es ist doch kein Druckfehler, sondern es ist schlicht und einfach nur falsch. Weil die Falschmeldungen, die gehen nämlich munter weiter. Ich erfahre zu meinem großen Erstaunen, dass mein Opa aus dem steirischen Bezirk Leibniz stammt. Nein, das ist nicht wahr. Das stimmt doch nicht. Das ist Brian Kärntner. Er ist auch kein Sohn eines Bauunternehmers, wie es dasteht. Und er hat nie in seinem Leben bei einer Versicherung gearbeitet. Schon wieder falsch. Komplett falsch. Da lese ich, dass er im Krieg bei der Flak war und dann in britischer Gefangenschaft. Das ist ja auch komplett unrichtig. Nichts davon stimmt. Er war bei den Panzern im Russlandkrieg. Und was steht da jetzt von meiner Oma, die mich so liebevoll großgezogen hat, weil meine Eltern ja beide berufstätig waren? Ich war gespannt. In der investigativen Biografie erfahre ich jetzt, sie hat Leopoldine Lackner geheißen. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist ja auch komplett falsch, aber dafür vielleicht investigativ. Meine Oma hat doch Josefa geheißen. Und ihre Freunde haben sie oft Pepperl genannt. Josef und Josefa. Das weiß doch bitte schön jeder von der älteren Generation in dem Ort, wo ich herkomme. Und Herr Bauer und Herr Dreichler geben an, dass sie die Tochter eines Fleischermeisters gewesen ist. Falsch, schon wieder ganz falsch. Ja, ja, und da braucht man sich dann auch nicht wundern, dass auch die Geschichte nicht stimmt, dass sich meine Oma und mein Opa scheiden haben lassen. Ganz im Gegenteil. Sie waren verheiratet und ein zufriedenes Paar, bis mein Opa leider viel zu früh verstorben ist. Also, Herr Bauer und Herr Dreichler, wenn man schon glaubt, so weit in der Zeit zurückgehen zu müssen, bis zu den Großeltern, um meine Persönlichkeit irgendwie zu erklären oder verstehen zu können, dann sollte man doch bitte wenigstens die richtigen Großeltern finden. Ich meine, das sind doch alles Dinge, die man kinderleicht herausfinden kann. Noch dazu für Profis, wie sie beide es seit Jahrzehnten ja sind. Und vor allem dann, wenn man monatelang, wie sie sagen, seriös recherchiert. Ja, und überhaupt erst, wenn man in einer Redaktion voller Faktenchecker sitzt, wie das Profil doch eine ist. Und dann kommt sowas heraus. Lauter Falschinformationen. Ich meine, ich kann ja drüber lachen. Aber wenn ich an Ihrer Stelle wäre, dann wäre mir das aber so richtig peinlich. Aber so richtig. Ja bitte, was soll man denn da von der Qualität vieler anderer angeblicher Informationen noch halten, wenn schon so einfache und nachprüfbare Dinge völlig falsch dargestellt werden? Ich meine halt, sowas darf einfach nicht passieren. Zwei Top-Journalisten, monatelange Recherche, ein riesiger Aufwand. Noch dazu, wenn man sich mit seinem eigenen Werk so wichtig macht in der Öffentlichkeit. Und vor allem dann, wenn man dafür ja auch noch Geld haben will von den Lesern und das Geld dafür bezahlt wird, dass versprochen wird, dass man hier eine Wahrheit über mich zu lesen bekommt. Oh je, da ist aber ganz, ganz ordentlich etwas daneben gegangen. Amen.